Hallo, mein Name ist Hermann Funk. Ich arbeite an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und wir bilden Lehrkräfte aus für den Unterricht in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ich möchte Ihnen in diesem kurzen Video in drei Minuten ein paar Tipps geben, wie Sie erfolgreich unterrichten können. In der gegenwärtigen Situation, in der 100.000 Flüchtlinge Sprachtraining benötigen, können wir froh sein über jeden und alle, die ehrenamtlich oder angestellt Deutsch als neue, als fremde Sprache vermitteln wollen. Wir geben Ihnen also hier zehn Tipps für ein erfolgreicheres Sprachtraining. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für diese Tipps. Die ersten drei gelten eigentlich für jeden Unterricht. Mein erster Tipp heißt Bescheidenheit. Einige Menschen haben drei bis fünf Jahre studiert, um Deutsch als fremde Sprache zu unterrichten, unter anderem auch an unserer Universität. Sie kennen sich mit der Systematik des Spracherwerbs genau aus. Diese Lehrkräfte werden selten eingestellt und leider noch seltener angemessen bezahlt. Unser erster Tipp also, fragen Sie nach Möglichkeit Menschen, die sich auskennen. Fragen Sie Menschen, die das studiert haben. Lassen Sie sich von Expertinnen und Experten beraten. Wer meint, ich kann das auch allein? Kommt mir vor wie ein Medizinstudent im ersten Semester, der ein Handbuch durchblättert und meint anschließend, er könne jetzt operieren. Mein zweiter Tipp heißt Freundlichkeit und persönliches Engagement. Sie bringen das sicher mit, sonst wären Sie nicht mit Deutsch als fremde Sprache beschäftigt. Zeigen Sie Ihren Lernenden auch, der Sie sich für Sie interessieren. Zeigen Sie Interesse an den Sprachen und den Erfahrungen, die Sie mitbringen. An den Menschen und an den Ländern, die Sie kennen. Versuchen Sie auch mal ein paar Ausdrücke und Sätze in den Herkunftssprachen zu lernen und zu verwenden. Sie werden sehen, das hilft. Mein dritter Tipp heißt Geduld und Ausdauer. Lernen braucht Zeit. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie keine schnellen Erfolge sehen. Loben Sie auch kleine Fortschritte. Beginnen Sie immer mit Wiederholungen. Geben Sie Zeit für Notizen. Machen Sie Pausen. In diesen Pausen wird die Sprache unbewusst verarbeitet. Diese Pausen sind wichtig für das Lernen. Mein vierter Tipp heißt, wählen Sie Ihre Unterrichtsmaterialien mit Bedacht. Wenn Sie den Eindruck haben, dass kein Lehrwerk so richtig passt, dann liegen Sie genau richtig. Doch halt, versuchen Sie kein Neues zu schreiben. Es wird nicht besser. Nutzen Sie die zugelassenen Lehrmaterialien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Sie wurden von Experten mit Erfahrung erstellt und geprüft. Mein fünfter Tipp. Wie verwendet man Unterrichtsmaterial? Ganz einfach. Lassen Sie alles aus, was Ihnen unpassend erscheint. Verwenden Sie auf jeden Fall auch die Hörmaterialien und dort, wo möglich und vorhanden, auch die Videos. Lassen Sie alle Übungssätze aus, bei denen Sie das Gefühl haben, dass Sie künstlich und lebensfremd sind. Viele Lehrwerke sind voll davon. Verwenden Sie stattdessen Namen von Personen aus Orten, aus Ihrer Umgebung und Sätze, die unmittelbar gebraucht werden. So wird das Lernen leichter. Mein sechster Tipp heißt Planung. Wer nicht weiß, wohin er will, muss sich auch nicht wundern, wenn er nirgendwo ankommt. Notieren Sie Ihre Ziele für einen Unterrichtsabschnitt. Für den Tag, für eine Woche. Damit können Sie hinterher auch für sich selbst überprüfen, was Sie erreicht haben. Unterrichtsziele fangen immer so an. Die Lerner können, Doppelpunkt, zum Beispiel, die Lerner können Ihre Familie vorstellen, die Lerner können sagen, was sie beruflich gemacht haben und so weiter. Gute Lehrwerke sind übrigens so aufgebaut. Mein siebter Tipp für Sie heißt Abwechslung. Sprachenlernen erfordert viel Aufmerksamkeit und Konzentration. Vergessen ist ganz menschlich. Denken Sie an die Pausen. Das hilft auch gegen das Vergessen. Wechseln Sie nach 10 bis 15 Minuten die Arbeitsform. Geben Sie den Lernenden eine Chance, sich untereinander zu verständigen und über das Gelernte zu sprechen. Mein achter Tipp betrifft den Wortschatz. Wortschatz ist die Grundlage der Verständigung und damit viel wichtiger als Grammatik. Das Lernen von Einzelwörtern in Listen ist leider weit verbreitet, aber nicht besonders wirkungsvoll. Lassen Sie keine Einzelwörter lernen, sondern Wendungen, ganze Ausdrücke und Sätze. Sätze, die man oft hört und im Alltag gut gebrauchen kann. Das Notieren auf Wortkärtchen kann helfen. Lassen Sie nicht auf Vorrat lernen. Verwenden Sie die Wörter sofort, um sinnvolle Aussagen zu machen. Damit werden Sie am besten behalten. Mein neunter Tipp betrifft die Übungen. Übungen sind die Grundlage eines guten Unterrichts. Lehrwerke sind voller interessanter Übungen. Leider gibt es dort auch einige, die reine Zeitverschwendung sind. Üben heißt, die fremde Sprache verwenden, um etwas Sinnvolles zu sagen. Alles andere lassen Sie raus. Sprechen Sie über sich selbst. Lassen Sie die Lerner über sich selbst sprechen. Über einen Text. Über eine Erfahrung. Üben heißt nicht, Lücken mit grammatisch korrekten Endungen auszufüllen. Das wäre Testen. Zum Üben mit Anfängern gehört auch Vorsprechen, Nachsprechen, Wiederholen. Achten Sie von Anfang an darauf, dass die Lernenden genug sprechen. Durch Sprechen lernt man nämlich nicht nur Sprechen, sondern zum Beispiel auch Grammatik. Und schließlich mein letzter Tipp, der zehnte Tipp zum Thema Tests. Verwenden Sie die Testenden Lehrwerken. Verwenden Sie sie, um den Lernenden Ihre Fortschritte zu zeigen. Und nicht, um festzustellen, was Sie alles noch nicht können. Werden Sie die Tests gemeinsam aus. Tun Sie das im persönlichen Gespräch mit Ihren Lernenden. Das ist die Grundlage für weiteres Lernen und für Progression, für Fortschritt. Diese Tipps können Sie auf der Internetseite der Arbeitsstelle für Lehrwerkforschung und Materialentwicklung der ALM, ALM, in Jena herunterladen. Die Tipps werden Sie übrigens noch nicht zu Expertinnen und Experten machen. Aber vielleicht Ihren Unterricht ein bisschen strukturieren helfen. Es gibt viel Weiterbildung. Nutzen Sie alle Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.